Willkommen zurück zu Let's Play King of Hearts Birth by Sleep im letzten Part hier im Palast der Träume angekommen und sind klein wie eine Maus geworden und sollen jetzt Sachen für Zenderellas Kleid suchen, damit es noch schön zum Abend fertig wird. Und wenn ihr hier auf die Karte guckt, es ist eigentlich sehr verwirrend, dass hier alles noch so kommen sollte. Nächste Stufe? Ah, 26 Erfahrungspunkt, 5 und... Moment, ein Erfahrungspunkt, what? 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 Und ja, da oben geht's weiter. Kommt man aber so nicht hin. Ich kann noch kein Dealing machen. Da war was. Erstmal verwandeln und dann Aero abfeuern. Uh, Feuerwunsch. Läuft. So, kriege ich mal ein Level ab? Was ist denn, seid ihr eigentlich alle betont, ey? So, Feuerwunsch muss Tschüss sagen, aber gut. War fast aufgeladen. Für das, ja. So, hier haben wir... Rosa Bändchen. What the fuck? Ich hab mich gerade erschreckt, was läuft. Jetzt schief. Aber gut. Woooo. Verwandeln, während man getroffen wird. Super, so will ich das sehen. Attacke gestiegen. Level 3, niemendlich. Schade, dass man den letzten Schlag nicht noch auf irgendein Ziel umlenken kann. Das hab ich irgendwie schon öfters vermisst. So, dann lass uns mal... Aqua rausholen. Nicht das Bändchen einsam... Äh, Bändchen sag ich jetzt schon. Stoff einsammeln. Woooo. Kannst du dich nur protecten, oder was ist los? Woooo. Ja, ah, yeah. Bring it. Woooo, schöner Abschussangriff. Tops, rocks, rocks, freeze, two. Yay, Stopp eingesunken. Wow. Come on. Feuersalbe, Stufe 2. Und noch immer hat niemand das für Aqua. Warum mag keiner Aqua? Das ist so... Sad. Ha, yeah. Yeah. Ha, ha, ha. Bring it. Na endlich! Magie-Deflektor. Feuerschlag. Oh, noch mehrer. Das sind schon echt stronkel Schauber. Achoo Zangri. Magie-Level-Oar. Autsch. Autsch. Da kommt noch mehr. Ach, du Scheiße. Was wird denn das sagt? Darf ich mal mein Abschlusskommando machen, Leute? Danke. Yo. Deswegen mochte ich diese Welt noch nicht. Oh man, fuck. Kacke. Ich kann euch ja nicht eine Sekunde lang aus den Augen lassen. Himmels Willen. Und tschüss. So. Leider kein zweites Symbol. Ne, die linken Leiste bleibt dann. So, erstmal die Truhe hier. Eis. Joa. Hier oben nichts. Hier war nichts. Hier ist Ausblick. Okay, dann haben wir jetzt aber ein Slot mehr. Sturmlauf. Betäubungsklinge. Eis. Pff. Werd mal zum Wicht, ey. Ja, eigentlich könnte man auch fusionieren schon. Schwertfall mit Aero. Zu Aeroa. Ja, was nehm' ich denn? Leuchtkristall am Anfang. Frostschutz. Yay. Nehmen wir Eis raus. Für Aeroa. Äh. Dingsbobens. Frostschutz. Viel zu viele neue Sachen sind mir grad scheißegal. So, das hier ist die weiße Schleife. Ne, weiße Spitze. Okay. So, dann hätte ich gerne den Wollknäuel hier. Uh. Ja, ich wollte grad sagen. Halt dich bitte fest. Zeitkristall. Dann brauche ich die Wollknäuel noch einmal. Wo auch immer du hingerollt bist. Und dann werde ich dich noch einmal benötigen. So, hoch. Hoch. Danke. Luftpost. Warum kann Wend eigentlich noch keine Luftgrätsche? Ha? Ja. Weiß nicht. Komm ich da jetzt? Ich muss da so rankommen? Sag der und sein Loch. Okay. Was ist da in der Mitte? Uh. Das weiße Schleifchen. Finde noch zwei Materialien. Ja, das eine ist da. Der Knopf. Und das andere ist, äh. Da oben. Auf den Schrank. Um da ranzukommen, müssen wir hier durch. Keine Gegner. Das wundert mich grad. Aber gut. Soll mich nicht stören. Ach, dieser Raum ist... Oh Gott. Was war das hier eigentlich? Ich glaube, das stand da einfach nur so. So, hallo Gabel. Hi. So. Oh Gott. Hier gab es ja so super scheiß Truhe noch versteckt. Oh mein Gott. Ja, wenn wir jetzt hier runterfallen, dann landen wir genau da, wo wir, äh. Äh. Am Anfang waren unten. Wo dann halt oben noch diese... Weiße war. Attacke gestiegen. Wow. Warum kann ich das nicht blocken? Oh Gott, warum sind hier so viele Gegner und ich hab kein, äh, Thing ready. Das ist monischer halt. Okay. Nein, Volknau... Ja, bin ich runtergefallen. Alles gut. Jetzt brauchte ich das Volknau überhaupt nochmal. Keine Ahnung, einfach mitnehmen. Braucht ich das hier für irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Wieso gerade, momentan nicht wüsste. Ich glaube, ich bin komplett in die... Puh. Falsche Richtung gelaufen. Das muss rein. Hallo Gegner. So. Nochmal ein Abschlussangriff. So. Da unten ist ein Sticker und so, aber ich will noch nicht runter. Denn da... Können wir eh noch nichts machen. Weil... Käse muss runterspringen. Ja, Abschlussangriff ist gerade sehr toll. Käse runter. Danke. Denn ohne Käse... Können wir da unten nicht weiter. Beziehungsweise an die Kiste hier. Und weiter. So. Ich glaube, hier unten waren Kämpfe. Agua, hilf mir. Uh, Magnera. Oh, Jess. Es ist schön, alle Gegner in Magnera zu zaubern und sie dann mit dem Abschusseingriff zu vernichten. So, das war's schon wieder. Schnell wenden. Nein, war's nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Valentins Pradin. Und Sahle süß. So, lass noch mal schnell was fallen. So, schnell alles einsammeln. Bevor es... Oh, da war noch einer. Okay. Und ja, die Truhe nicht vergessen. Deswegen bin ich ja auch hier hinten hingegangen. So, da oben ist ein Sticker. Da kommt man natürlich jetzt noch nicht ran. Ist immer wieder logisch. Hier hinten ist auch nichts. Ankleidezimmer, da waren wir. Aber diesmal sind wir hier. Beim Knopf. So, wie komme ich jetzt da oben hin? Nochmal. Äh. Ich glaube, ich vergesse gerade was wichtiges. Kann aber auch möglich sein. So, jetzt bitte Dealings geben. Ich will nämlich mein Dealings wieder voll haben. So. Danke. Magie, Stufe 6. Was? Noch einen? War der vorhin auch noch da? Ah ja. Äh. Magnera und so. Alles gut. So, Dealings voll. Gegner ignorieren. Ja. Auf ne Gabel springen. Ist eine Kunst, Leute. Ist eine... Wow. Kunst. Okay, das mit dem Käse speichert sich nicht. Gut zu wissen. Warum? Nein. So. Ist die Gabel. Was will ich eigentlich nochmal hier auf der Seite? Ich spring da jetzt einfach mal runter. Die Link. Muss ja irgendwie funktionieren. Und so viel leichter kann es mit einem D-Link gehen. Wahrscheinlich sollte die Kugel da runter. Kann da nicht... Und... Tja. Und... Tja. Aber ja. Eta. Ventus nicht nachgehen. Und genau diese Truhe da... Hier, wenn man runter geht, ist man da. Am Anfang. Ja, diese Truhe da ist ziemlich nervig. Muss man nämlich so fliegen können. Ich sag ja, man könnte das Wollknäuel mitnehmen. Aber das können wir ja nicht. So, und jetzt sind wir hier oben. Uh. Hallo, rosa Faden. Und schon haben wir alles beisammen. Schneller als gedacht. Und ja, wir werden automatisch zurückgebracht. Jetzt hätte ich da oben noch die Truhe nehmen können. Ich glaube, da war eine. Still, Lisa, pittie, pittie Perle. Lass es mir. Wir bauen noch eine hübsche Perle, oder? Ich glaube, da war noch eine Truhe. Ist natürlich jetzt doof, dass ich das eingesammelt habe. Aber gut. Ja, ich würde sagen, bevor wir denn das Ding holen, lasst uns erstmal hier noch ein bisschen fusionieren. Wer ist mit Betäubungsklinge und Feuer? Feuersturm... Nee. Schwertwurf und Eis. Eisra? Nee. Sturmlauf. Eisklinge? Feuersturmlauf. Nehmen wir Feuersturmlauf. Zeitkristal. Äh, ja, komm, nehmen wir Eisra. Scheiß drauf. Äh. Da nehmen wir... Mein Kraftkristal. Immunität gleich am Anfang. Wow. Ernsthaft? Why not? Okay, dann haben wir hier Feuersturmlauf. Eisra, äh, Wicht. Äh, hier haben wir auch nichts. Scheißblocken ist schon gemaxt. Feuersalbe noch nicht. Seitens. Was ist denn so neu? Stimmt, ich habe ein neues Schlüsselschwert. Yay. Und so viel hatten wir am Anfang des Spiels nicht. Und ich glaube, ich selbst hatte noch nie so viel. Am Anfang. Ja, mehr Magie. Ein Schlüsselschwert mit ausgeglichener Attacke und Magiewerte, aber geringer Reichweite. Genau wie das. Also macht es keinen Unterschied. So. Fertigkeiten, Attacken hast. Frostschutz. Immunität. So, die links. Schneebiti hat es auch noch neu. Aber erstmal muss Aqua fertig werden. Ja, da wartet noch einiges. Warum gehe ich in die Berichte rein? Weil ich Sticker haben will. Schatz lässt erstmal nachgucken. Zwergenwald fehlt uns eine. Und ich weiß auch, wo die ist, glaube ich. Wobei, das ist ja ziemlich am Anfang. Eigentlich dachte ich, da wo Terra wäre, äh, wir Terra gesucht haben am Ende, wäre noch eine. Zwei Thronen fehlen. Eine haben wir gesehen. Eine müssen wir noch finden. Und keine Ahnung, wo die ist. Fakt nicht. So, jeweils fehlt einer. Mal gucken, kriegen wir am Anfang schon was für zwei. Und jeder dieser Dinger hier bei den Stickern ist eine Anspielung auf... Äh, ja. Ich glaube, das funktioniert ohne einen anderen Sticker nicht. Mit den sieben Punkten. Doch, hier. What? Okay. Äh, auf den... Äh, auf das Minispiel anspielen. Was da so passiert. Energiekristall, Feuerwehr, Kollisionsmanit, Erlösung und Rhythmemeister. Aber an Rhythmemeister erinnere ich mich wirklich nicht. Spielhilfe, was willst du mir denn? Ha! Nicht doch. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, im nächsten Part gehen wir dann rein. Wie gesagt, ich bin leider etwas unter Zeitdruck. Aber die nächsten Parts werden dann hoffentlich wieder normal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und Tschüss. Tschüss. Tschüss.